Hallo Youtuber! Heute zeige ich euch, wie ihr den Erfolg aus der Asche bei 13 Evolution macht. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich keine Hexerei. Ihr braucht nur die Phönix freizuschalten. Wenn ihr diese habt, wählt ihr dann quasi die Kategorie Kinderspiele bei den Levels und fahren sie von oben nach unten ab. Und am Ende, wenn ihr alle gespielt habt, kommt dann der Erfolg. ... ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.